so immer noch sehr schön so 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 Vielen Dank. Ich mache weiter mit Adventsliedern. Und ich bin angekommen bei Maria durch ein Dornmarking in... Was ist das? Es ist ein E, das ist ein H. Oh, das ist wie ein Kirchentonat. Will ich jetzt nicht rauskriegen. Anmachen. Ich habe den Lautsprecher ein bisschen besser gesteckt. Ich habe den Lautsprecher ein bisschen besser gesteckt. Ich habe den Lautsprecher ein bisschen besser gesteckt. Für je Lesung, Maria durch ein Dornwald ging, der Herr hat im Harz in sieben, hat in sieben Jahren kein Laub getragen, Jesus und Maria. Maria durch ein Dornwald ging, für die Lesung, Maria durch ein Dornwald ging, der Herr hat im sieben Jahren kein Laub getragen, Jesus und Maria. So, damit ich lernen mit der linken Hand zu spielen, versuche ich das jetzt auch mal mit links. Maria durch ein Dornwald ging, der Herr hat im Harz in sieben Jahren kein Laub getragen, Jesus und Maria. Das ging schon relativ gut. Das Problem bleibt der Bassschlüssel. So, und ich sage es nur ungern, aber ich bin da auch nicht in der Lage, als mit etwas anderem, als mit einem Metronom in den Griff zu bekommen. Ich kann auch noch ein bisschen lauter stellen. Warmdienablage. Jetzt versuche ich erstmal die Melodie mit Metronom zu spielen. Maria durch ein Dornwald ging, für die Lesung. Maria durch ein Dornwald ging, Eins, zwei, drei. Maria durch ein Dornwald ging, der hat im sieben Jahren kein Laub getragen, Geht schon relativ gut, ich habe es trotzdem nicht geschafft, an mir nahe zu kommen, deshalb noch mal. Maria, durch ein Traum, bei dir, der hat in sieben Jahren kein Raum getragen, Jesus und Maria. So, das war schon fast gut. Was trug Maria unter ihrem Herzen, Kyrie, Esau? Ein kleines Kindlein, ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen, Kyrie, und Maria. Jesus und Maria, da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie, Esau. Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen, Jesus und Maria. So, ich versuche es jetzt noch mal, ob ich es hinkriege vielleicht, also bis jetzt noch mal. So, ich versuche es 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 noch mal. Der Moment der Wahrheit, ich stelle den Vierfatteltag ein. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, zwei, drei, drei, vier, zwei, zwei, drei, Fast gut. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Da weiß ich schon wieder nicht, was das für ein Ton ist. Bis dahin war ich ganz gut. Das nehme ich jetzt auch noch in den Sack. Eine Runde Tönes machen. Das ist glaube ich noch G. Das ist noch F-Werder Ton. F-Werder Ton. Wenn das ein E ist, ist das ein H. H-B-B-H-H-H. Und jetzt kommt, dass hier das H ist, das I drüber, E, D. Das ist ein A. Das ist ein A. Das ist ein A. A. Wenn es den Katholiken gefällt, dann nehmen wir es so. So. Ich muss mir einfach nur merken, dass das ein A ist. So, dann machen wir es doch mal mit. Das ist ein A. Vielleicht nicht, ich hab vier Wundertag. Drei. Vier. Zwei. Zwei. Vier. Ein. Zwei. 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 Dann verschlech' ich schon wieder meine Grenzen. E, D, A. E, D, A. E, D, A. So, dann mal mit die Klage. E, D, A. E, D, A. E, D, A. E, D, A. Und jetzt kommt Tricks noch zu mir selbst. Wenn du mal kuckst, dann sag' es mir drumrum geht. Weiß ich. Nehmen wir mal 42. Das ist das Tempo der Wagen. Maria Plaut int arquotpdegree, Isang an Events. Also im Nottwar. E, D, A. Prompt autoplay. Promptanny. Prompt cuentan. Es fchenk. Es turnaround acercaden an. Es fchenken. E, D, A.